Musik Dann bleib stehen Tschüss So Irgendwo muss das Ding doch sein Oh man 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 Ich bin so schlecht Die ganze Ammo verballert Ah, komm Ah Das hätten wir Ich bin so nett und freundlich Wieso komme ich denn hier nicht durch die Tür? Ich bin so nett So Okay, der muss anscheinend nicht dekontaminiert werden, das war nur ich Holst du dir jetzt noch so eine kleine? Und der läuft dann nur an Ich glaube, der läuft um Gras Oh, Mr. Walz Aua Aua Danke Danke Oh Danke Bitte Danke Du bist auch ein schönes Kind. Na, da leuchtet doch was. Hier findest du den Anzug. Wunderbar. Jetzt flachst du nur noch den Helm. Ja, nehmen wir doch den. An deiner Stelle würde ich umdrehen, Kleiner. Du wirst hier nichts finden, außer Schmerz. Da war ich doch eben. Treff ich heute auch nochmal. Nein! 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 So, das war doch hier hinten irgendwo. Halt die Fresse, soooo. Das kann ich ja auch nicht erklären. Ich weiß, warum es Kinder sein müssen, aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen, auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Sturm ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Ja, ich glaube, der hat keiner mehr. Na, komm! So, komm zu mir! Doch! Oh! Oh! Läuft noch einer rum? Oh! 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 Ist ja cool. So Da geht's nicht weiter Yeah, Panzerknacker plus Ja, machen wir doch Jetzt gibt's für dich nichts mehr Nur nur ein großes, kaltes, nichts Rapper gehört jetzt mehr Und ich, was will über das Leben Du glaubst doch nicht etwa Dass ich Angst vor deinem Blinkanzug habe, oder? Ah, das ist doch das, wo ich eben nicht reinkam Okay Na Steinman ist tot Ah, okay Ja, ducken sollte man auch mal benutzen Ah, da müsste sie rauskommen Oh, das sieht mir aber nach einer Escort-Mission aus Ach, wie nett Haben sie kurz vorm Ende noch eine Escort-Mission eingebaut So, aber das sieht so aus, als würden wir jetzt erst nochmal laden Dann würde ich sagen, dann machen wir doch für heute erstmal Schluss Und Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Und dann machen wir die wundervolle Escort-Mission Bis dahin Tschüss 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 Vielen Dank.